Wir alle kennen aus den Medien die Berichte über den Klimawandel und damit einhergehend ständig die Berichte über Waldbrände, über Vegetationsbrände auf den ganzen Dürreflächen. Dazu haben wir dann auch unseren Müller Safety Trailer in seinem nächsten Einsatzzweck. Wir haben mit dem Müller Safety Trailer die Möglichkeit einen Pufferspeicher aufzubauen, der Trailer selber mit einem Fassungsvermögen von bis zu 17.000 Liter Wasser. Dazu von uns eine Wassersacklösung, die kaskadierend verbunden mit dem Safety Trailer nochmal bis zu 14.000 Liter Wasser zur Verfügung stellt. Somit haben wir ein Gesamtvolumen von rund 30.000 Liter Löschwasser an der Stelle zur Verfügung. Über die Tragkraftspritze kann direkt aus dem Wassersack gepumpt werden, um Wasser den Einsatzkräften vor Ort zur Verfügung zu stellen. Die gesamte Situation wird über Pendelverkehr und Langewegstrecke permanent mit Wasser versorgt, sodass an der Einsatzstelle vorne nie das Wasser ausgeht.